Herzlich willkommen zum großen BWL-Gehaltsvergleich-Video. Ich möchte euch heute einmal einen realistischen Einblick darin geben, was ihr eigentlich für Gehälter nach einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium wie beispielsweise BWL, International Business Administration etc. erwarten könnt. Ich werde darauf auf ganz öffentlich einsehbare Zahlen verweisen. Wir werden uns das gemeinsam hier an meinem Laptop anschauen und ich werde euch das Ganze natürlich auch entsprechend einordnen. Das heißt, ich werde aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meinem persönlichen Netzwerk auch den einen oder anderen Punkt ergänzen, der vielleicht durch irgendwelche statistischen Auswertungen nicht komplett ersichtlich ist. Und das Video hat zwei große Ziele. Zum einen ist es, euch einfach mal aufzuzeigen, was eigentlich wirklich realistisch ist für einen durchschnittlichen Wirtschaftsstudenten, weil ich habe manchmal das Gefühl, nachdem ich ja häufig auf meinem Kanal über Einstiegsgehälter von 70, 80, 90, 100.000 Euro spreche etc., dass das irgendwie jeder zweite BWLer denkt, dass er irgendwie solche Gehaltsvorstellungen nennen kann. Und dass wir da die meisten von euch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsache runterholen. Das ist Punkt Nummer eins. Also Punkt Nummer zwei ist natürlich auch, euch aufzuzeigen, dass es schon die Möglichkeit gibt, sehr, 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 sehr überdurchschnittliche Gehälter zu verdienen, wenn man das macht, was quasi natürlich auch hier auf dem Kanal bei uns bei Pumpkin Careers etc. behandelt wird. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin David Döbele, einer der Gründer der Karriereberatung Pumpkin Careers. Wir arbeiten seit inzwischen über vier Jahren mit hunderten ambitionierten Studierenden aus der DACH-Region zusammen in unseren Coaching-Programmen. Wir betreuen aktiv aktuell etwas über tausend Studierende und bringen die nach ihrem Studium zu den großen Banken, Beratungen, Private Equity-Häusern etc., weil sie natürlich sehr, sehr überdurchschnittliche Gehälter erzielen wollen, weil sie sehr überdurchschnittlich hohe Karriereambitionen haben. Das machen wir auch sehr erfolgreich. Da kann man auf unserer Website mal Erfolgstatistik von uns durchlesen, ganz viele Erfahrungsberichte durchlesen von Coaching-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und darüber hinaus bin ich auch Autor des Spiegel-Bestsellers nach ganz oben. Ich bin sehr gut vernetzt in den entsprechenden Branchen. Von dem her kann ich euch auch ein paar Insider-Infos hier heute mitgeben, die ihr so vielleicht nicht findet, wenn wir auf StepStone einfach mal BWL-Absolventen-Gehälter in Deutschland anschauen. Das ist so das Erste, was wir uns uns hier mal angucken. Das heißt, wenn wir da einfach mal suchen, dann sehen wir hier ein durchschnittliches Mediangehalt von knapp 41.000 Euro. Brutto. Ja, ganz wichtig, Brutto-Gehalt. Das heißt, da müsst ihr natürlich nochmal Steuern und so weiter und so fort zusätzlich von abzielen. Und das ist das, was du durchschnittlich bzw. im Median, das bedeutet 50% der BWLer verdienen mehr als diese 40.900 im Jahr und 50% der BWLer verdienen weniger als diese 40.900 Euro brutto pro Jahr. Das heißt, das ist quasi das, womit man realistisch sozusagen erwarten kann, was man möglicherweise verdient, wenn man sein BWL-Studium einfach ziemlich durchschnittlich macht. Was sehen wir hier sonst auf dieser Seite? Wir sehen noch hier unten, wenn man irgendwie mehr Berufserfahrung hat, dann steigt das Gehalt an. Das ist das, was wir hier sehen. Das heißt, irgendwie ganz am Anfang verdient man halt irgendwie monatlich circa 3.000 bis 4.000 Euro pro Monat als BWLer und dann mit über 25 Jahren Berufserfahrung verdienen die durchschnittlichen BWLer circa 4.000 bis 5.500 Euro pro Monat. So, und dann gibt es natürlich nochmal Unterschiede je nach Region. Das heißt, es gibt irgendwie Regionen wie zum Beispiel Stuttgart, wie zum Beispiel München, so die Regionen, wo man dann als BWLer recht viel verdienen kann. Dann gibt es andere Regionen, wo man dann als BWLer tendenziell weniger verdienen kann. Aber man kann sagen, Mediangehalt nach dem BWL-Studium circa 40.000 Euro. Das entspricht knapp 3.000 oder ziemlich genau 3.400 Euro pro Monat und einem Stundenlohn von etwas über 20 Euro pro Stunde. So, wenn man jetzt overall alle Betriebswirte in Deutschland nimmt und sage ich mal, also auch die ganzen Leute dazu zählt, die auch Berufserfahrung haben etc., da mal auf gehalt.de zum Beispiel auch von StepStone mal diese typischen Gehälter sich anguckt, dann haben wir ein durchschnittliches Gehalt von circa 57.000 Euro pro Jahr. So, das heißt, wenn wir uns das pro Monat anschauen, dann sind das 4.600 Euro, die der durchschnittliche Betriebswirt in Deutschland beziehungsweise im Median verdient. Das sind 1.000 Euro mehr oder etwas, oder doch, das sind ja etwas über 1.000 Euro mehr, also genauer gesagt 1.200 Euro mehr, als man quasi zum Berufseinstieg erwarten kann. Das heißt 4.650 Euro. Da kann man dann sagen, das sind dann im Jahr eben diese knapp 60.000 Euro. Dann musst du natürlich auch da Steuern abziehen und, 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 und. Dann bleibt dir am Ende des Jahres etwas über 30, circa 35.000 Euro, je nach Steuersatz, vielleicht auch ein bisschen mehr zum Leben übrig. Und dann kannst du dir mal ein bisschen ausrechnen, was du dir damit alles kaufen kannst. Je nachdem hat man dann vielleicht noch Kinder und so weiter und so fort, die man damit durchbringen möchte, auch hier gibt es klare Unterschiede nach Region. Also der durchschnittliche Betriebswirt verdient in Hessen, Finanzmetropole Frankfurt am Main, wo wir natürlich auch sitzen, am meisten in Deutschland mit knapp 60.000 Euro pro Jahr und am wenigsten mit knapp 50.000 Euro pro Jahr verdient man als Betriebswirt in Mecklenburg-Vorpommern, wobei natürlich hier in Frankfurt die Mieten vermutlich auch deutlich teurer sind als in Mecklenburg-Vorpommern. So, das klingt jetzt natürlich erst mal, ja, nicht ganz so verlockend, nicht ganz so super toll, wenn man sich das anschaut, auch wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel mal BWL vergleicht mit anderen, mit anderen, ja, Hochschul- oder Studiengängen. Da haben wir irgendwie hier Wirtschaftswissenschaften mit irgendwie, wenn wir jetzt eine ganz aktuelle Statistik anschauen, mit Wirtschaftswissenschaften sind wir bei 52.000 Euro Einstiegsgehalt. Das ist jetzt noch mal höher als das, was wir hier sehen. Aber auch da muss man dann schon sagen, diese 52.000 Euro, die dann auch den Median sozusagen widerspiegeln, das ist natürlich schon noch mal ein gutes Stück unter Fächern wie irgendwie Rechtswissenschaftler, das ist ein gutes Stück unter Medizin, Wirtschaftsingenieurwesen, Naturwissenschaften etc. Aber es ist schon, ja, auf dem etwas höheren Bereich der Skala, also darunter gibt es noch viele andere Jobs, wo man deutlich weniger verdient. Das heißt, man kann irgendwo sagen, circa in diesem Bereich kannst du mit einsteigen, das sind so deine Gehaltsentwicklungsmöglichkeiten. Man kann es sich auch noch mal genauer angucken, wenn wir uns jetzt hier den Stepstone-Report von 2023 uns angucken, da haben wir insgesamt in Deutschland ein Mediangehalt von 43.000. Das heißt, man kann dann schon irgendwie sagen, okay, mit einem Median von hier 40.000 Euro nach dem Studium, der gehört dann schon fast zu den Top 50% in Deutschland mit einem BWL-Studium. Das ist auf jeden Fall etwas, da kann man sich nicht drüber beschweren. Und auch hier, wenn wir uns dann angucken in diesem Stepstone-Gehaltsreport, den kann ich dir auch gerne unten in der Beschreibung verlinken, da sehen wir dann auch, okay, die Jobs, wo du am meisten Geld verdienen kannst, die Branchen sind irgendwie zum Beispiel das Bankwesen, sind Versicherungen, ist irgendwie Pharma, Luft- und Raumfahrt, ist Automotive, wo man natürlich als BWLer ganz, ganz viele Positionen hat, wo man reinkommen kann. Die Ärzte verdienen schon im Durchschnitt am meisten, weil die natürlich auch ein sehr, sehr anspruchsvolles Studium hinter sich haben. Und dann haben wir aber, wie gesagt, Bankwesen, Finanzversicherung, da haben wir Consulting, da haben wir Einkauf und Logistik, all das Branchen, wo du als BWLer schon prädestiniert bist. Das heißt, wir fassen mal so ein bisschen zusammen. BWL ist auf jeden Fall ein Studium, wo man durchschnittlich schon gut bis sehr gut verdienen kann, im Vergleich zu vielen anderen Studiengängen. Es gehört auf jeden Fall, wenn man uns diese Statistik anschaut, schon zu den Studiengängen, wo man definitiv ordentliche Gehaltsmöglichkeiten hat, wo man ja auch hier bei den Arbeitgebern reinkommen kann, bei den Branchen anfangen kann, wo man gut was leisten kann. Wenn wir uns allerdings solche Mediangehälter hier angucken, so, dann sehen wir hier schon, das ist schon weit davon entfernt, von diesen 60, 70, 80, 90, 100.000 Euro, was es quasi zu erreichen gibt in Branchen wie Investmentbanking, in Branchen wie Strategieberatung, in Branchen wie Private Equity, wo es hier auf diesem Kanal häufig drum geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was muss ich denn machen, um in solche Branchen reinzukommen, beziehungsweise warum ist das hier nicht drin? Weil wenn ich hier irgendwie eine andere Statistik anschaue, irgendwie von gehaltsvergleich.com, da sehe ich dann zwar irgendwie, der Unternehmensberater ist der Top-BWL-Beruf als Berufseinstieg, aber auch hier sehe ich ein durchschnittliches Einstiegsgehalt von 46.872 Euro nur. So, oder ein IT-Consultant oder ein Business Development Manager, ein Controller, ein Wirtschaftsprüfer, so. Da sehe ich bei weitem nicht diese Gehaltsmöglichkeiten. Oder auch hier, wenn wir uns hier irgendwie so eine Statistik anschauen, egal wo man hinschaut im Internet, man findet halt nirgends diese sehr, sehr hohen Gehaltsmöglichkeiten. Und das ist jetzt der zweite Teil von dem Video, worüber ich mit euch sprechen möchte. Und zwar, dass ihr halt bitte nicht denkt, dass das irgendwie für jeden möglich wäre. Ich erzähle hier nichts, was ich mir irgendwie ausdenke. Ich weiß, dass man, also ich weiß aus erster Hand, dass man in Branchen wie im Investmentbanking typischerweise bei den ganz großen Top-Adressen ziemlich genau mit einem sechsstelligen Jahresgehalt einsteigt. Und ich weiß, dass man inklusive Bonus natürlich bei nicht ganz so bekannten Playern, wo man aber trotzdem an sehr, sehr relevanten Deals mitarbeiten kann, die vielleicht auch nicht von ganz, ganz vielen verschiedenen Aufsichtsräten und so weiter und so fort da kontrolliert werden, dass man da auch tatsächlich inklusive Bonus ein doch recht ordentliches sechsstelliges Gehalt bereits zum Einstieg bekommen kann in der Region 120, 130, 140.000 Euro. So, da kenne ich persönlich aus erster Hand Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zum Beispiel bei unseren Coaching-Programmen, die dann bei solchen Firmen eingestiegen sind, die direkt im ersten Jahr so ein Jahresgehalt erzielt haben. So, genauso ist es so, wenn man sich jetzt die Unternehmensberatung anschaut, dass es Unternehmensberatungen gibt, im Speziellen die Restrukturierungsberatung und die Strategieberatung, mit denen wir ja teilweise auch zusammenarbeiten bei uns bei Pumpkin Careers, wo wir viele Leute immerhin vermitteln, wo du dann ebenfalls Einschießgelder hast, bei manchen Firmen, natürlich nicht bei allen, aber bei manchen Firmen von 65, 75, 85.000 Euro und auch hier gibt es manche Firmen, wo du dann recht schnell, typischerweise nicht zum Einstieg, aber recht schnell auch im sechsstelligen Jahresgehaltsbereich bist. So, der Grund, warum diese Firmen es nicht wirklich in diese Statistiken reinschaffen, warum diese Firmen, warum das hier gar keinen Einfluss hat, ist, dass es eben nur eine unglaublich kleine Menge an Jobs bei diesen Firmen gibt und das, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist etwas, was viele Leute einfach nicht so wirklich verstehen beziehungsweise was viele Leute einfach zu spät verstehen. Der durchschnittliche BWLer, wir haben hier die Statistiken offen, egal wo wir hinschauen, wird irgendwo zwischen 40.000 bis 50.000 Euro verdienen nach dem Studium. Wenn ihr euch ordentlich ins Zeug legt, jetzt nicht übertreibt, aber einfach da ordentlich mitmacht, dann werdet ihr zwischen 40.000 bis 50.000 Euro pro Jahr rauskommen. Das ist ein Gehalt, das kann man erwarten, da kann man vielleicht ein bisschen handeln, aber das ist ein Gehalt, damit kann man rechnen nach dem BWL-Studium. So, das ist natürlich ein sehr ordentliches Gehalt, da kann man sich schon einige Sachen mit holen und so weiter und so fort, aber das ist halt nichts im Vergleich zu diesen 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 Euro, die eben bei anderen Arbeitgebern grundsätzlich möglich sind. Das Ding ist, dort gibt es bei den Top Investment Banken, wenn wir uns das mal anschauen, wie viele Positionen es bei den Top Investment Banken gibt in Frankfurt und in London, vielleicht für deutschsprachige Absolventen, da kommst du pro Bank auf 5 bis 10, maximal 15 Plätze, teilweise sogar noch weniger. Es gibt manche Balsch-Bracket-Investment Banken, die stellen hier in Frankfurt im M&A-Team pro Jahr nur 3, 4, 5 Leute ein, so, beziehungsweise trifft auf sehr, sehr viele von diesen Adressen zu. So, das heißt, es gibt einfach nur so, 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 so wenig freie Plätze bei diesen Top Firmen, wo man diese Gehälter verdienen kann und wo man auch eine entsprechende Gehaltsprogression mitmachen kann. Das Gehalt bleibt dann ja nicht bei 90.000 Euro, sondern es steigt dann ja sehr, sehr schnell an, sodass man dann auch tatsächlich irgendwie mit einigen Jahren Berufserfahrung auch mal bei den 200.000 oder 250.000 Euro Jahresgehalt ankommen kann. So, aber da gibt es halt für nur so einen kleinen Bruchteil von euch, BWL studieren oder Wirtschaftswissenschaften studieren oder was auch immer, freie Plätze, dass eben nur so, so wenige jedes Jahr reinschaffen, dass die quasi so gut wie keinen Einfluss auf diese Statistik haben, wenn man sich irgendwelche Mediangehälter und Durchschnittsgehälter anschaut. So, das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass dir das bewusst ist, dass es A, schon diese Möglichkeit gibt, diese Gehälter zu erzielen, aber dass das absolut nichts ist, wo du auch nur ansatzweise mit rechnen darfst, wenn du auch nur, sag ich mal, ansatzweise durchschnittlich bist. So, und das ist nichts, also ich sag nicht, dass es schlecht ist, wenn du durchschnittlich bist. Wenn das nicht dein erklärtes Ziel ist, sehr, sehr überdurchschnittlich zu sein, sehr viel mehr zu verdienen als der Durchschnitt, dann ist es ja deine Sache. So, aber quasi meine ganzen Inhalte, mein Content und so weiter, richtet sich eben an Leute, die sagen, hey, ich will sehr, sehr überdurchschnittlich Karriere machen, ich bin sehr überdurchschnittlich ambitioniert, ich möchte wirklich erfolgreich sein und ich möchte auch sehr, sehr erfolgreich, ja, mich in meinem Berufsleben sozusagen beweisen und dementsprechend auch dieses sehr überdurchschnittliche Gehalt wert sein. So, und um das hinzubekommen, musst du eben dich wirklich im Studium ins Zeug legen, weil du bist, und das muss man einfach so sagen, das wollen manche Leute, das darf man ja heutzutage fast gar nicht mehr sagen, dass man sich anstrengen muss und dass man nicht alles geschenkt bekommt im Leben. Aber wenn du zu diesen Top-Performern gehören möchtest, diese Top-Einschiecksgehälter verdienen, dann musst du dich eben gegen Tausende, Zehntausende Studierende durchsetzen. So, und da kannst du jetzt zu Hause sitzen und rumheulen und sagen, ach, das ist ja alles so schwierig und ich traue mich das nicht. Aber wenn du mit so einem Mindset, mit dieser Information umgehst, dann sind diese Branchen einfach auch nichts für dich. Aber wenn du sagst, hey, ich habe das für mich erkannt, ich weiß, dass es verdammt schwierig ist, da reinzukommen. Und auch jetzt wird mir das vielleicht klar, das heißt, wenn ich irgendwie durchschnittlich hier unterwegs sein wäre, dann werde ich irgendwo zwischen 40.000 bis 50.000 Euro rauskommen. Je nach Branche, bei manchen Arbeitgebern verdient man nochmal mehr, bei manchen Arbeitgebern verdient man nochmal weniger. Aber summa summarum ist das das, was du erwarten kannst, wenn du durchschnittlich performen wirst. Wenn du sagst für dich, nein, das reicht mir nicht aus, ich möchte deutlich, deutlich mehr erreichen, dann stell dich darauf ein, dass du in deinem Studium dich gegen ganz, ganz viele andere Studierende durchsetzen musst. Weil du musst verstehen, es gibt in Deutschland über 500.000 Wirtschaftsstudenten. Wenn man BWL, VWL, WIWI, International Business und so weiter zusammenrechnet, dann kommst du auf über eine halbe Million BWL-Studenten. So, und das ist halt, das ist halt schon ein Statement. So, und es gibt dann, sag ich mal, ein paar hundert, lassen wir es mal, 1.000, 1.500 Jobs sein pro Jahr. Und da sind wir dann schon, da wird es schon ein bisschen schwammig, wo man wirklich diese Top-Einstiegsgehälter als Wirtschaftsabsolvent verdienen kann. Und dagegen hast du eine halbe Million Wirtschaftsstudenten. So, und das ist eine Sache, das unterschätzen viele. Alleine hier auf diesem YouTube-Kanal haben über 50.000 Leute diesen Kanal abonniert. Das wissen schon inzwischen immer mehr Leute davon, was diese Branchen sind. Und dementsprechend wird es schon auch schwieriger, dort reinzukommen. Von dem her meine Empfehlung, wenn das deine Ziele sind, wenn das deine Ambition ist, da diese Top-Gehälter zu verdienen, pass bitte auf, dass du nicht zu lange durchschnittlich unterwegs bist, ist, dass du nicht zu lange das machst, was die ganzen anderen machen. Weil sonst wirst du mit den Gehältern einsteigen, mit denen die anderen einsteigen. Und wie gesagt, das ist vollkommen fein, wenn du das machen möchtest. Aber ich weiß, dass da draußen einige Leute gibt, die sagen, nee, ich wäre damit nicht zufrieden, wenn ich quasi in Anführungszeichen nur ein durchschnittliches Gehalt bekomme. Und wenn du mehr erreichen möchtest, dann musst du auch mehr dafür machen. So, und da haben wir quasi dann hier auch unsere Karriereberatung für solche Leute gegründet bei Pumpkin Careers. Mit solchen Leuten arbeiten wir zusammen. Da betreuen wir schon über tausend andere Leute, die so drauf sind wie du, die auch solche Ziele haben wie du. Und mit denen arbeiten wir zusammen, um sie bestmöglich dabei zu unterstützen, dass sie diese Ziele erreichen mit fast täglichen Calls, wo sie immer reinkommen können, mit einem riesen Netzwerk, mit einer riesen Datenbank an Informationen, mit Videos, mit Anleitungen, mit Fragelisten und, 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 und. Sodass diese Leute halt einen massiven Vorteil haben bei einer Praktikumsbewerbung, beim Thema Noten, beim Thema Stipendien, bei der Masterbewerbung, beim Netzwerkaufbau und, und, und. Und das rechnet sich natürlich, da quasi diese Investitionen in das Coaching zu machen, weil du ja alleine schon mit Praktikumsgehältern in diesen Branchen das Geld direkt wieder fürs Coaching normalerweise raus hast. Du bekommst in einem Praktikum in diesen Branchen, wo wir unsere Leute reinbringen, im Monat typischerweise 2.000 bis 3.000 Euro Monatsgehalt als Praktikant. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass sich sowas durch Stipendien wieder rechnet und vor allem durch einen Berufseinstieg, wenn du überlegst, okay, im Median steige ich mit 40 bis 50k ein, jetzt kriege ich es aber hin, natürlich nicht nur durch das Coaching, aber auch durch das Coaching, mir vielleicht einen Einstiegsgehalt von 75, 80, 85, 90.000 Euro zu ermöglichen und eine realistische Möglichkeit habe, recht schnell in den sechsstelligen Bereich reinzugehen. Da muss man nicht lange überlegen, um zu sagen, okay, das ist ein sehr, sehr smartes Investment und da habe ich einen sehr, sehr starken, positiven Return on Investment. Und das ist eine Sache, das haben schon sehr viele Leute erkannt für sich. Und wenn auch du das für dich erkannt hast, beziehungsweise wenn du mehr Infos dazu haben möchtest, wie das bei uns im Coaching konkret abläuft, was da alles dabei ist, dann trag dich sehr gerne mal ein für ein erstes kostenfreies Beratungsgespräch bei uns auf der Webseite. Mehr Infos dazu findest du direkt über den ersten Link unten in der Videobeschreibung, pumpkingeheers.com. Da kannst du einfach mal das Bewerbungsformular auf der Webseite ausfüllen, dann einen Termin ausmachen für ein erstes Kennenlerngespräch. Wenn wir da merken, wir können dir helfen, dann machen wir nochmal einen Termin aus für die Status Quo-Analyse. Das ist auch noch komplett kostenfrei, wo wir mal deinen Status Quo genau uns angucken und uns genau anschauen, was würden wir in deiner Situation machen, um dich bestmöglich auf so einen Karriereweg vorzubereiten. Und wie gesagt, über 1000 andere Studierende sind schon aktiv dabei. Wir haben schon mit weitaus über 2000 Studierenden insgesamt zusammengearbeitet über die letzten vier Jahre. Und wir haben da sehr, sehr gute Erfolgsquoten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, wenn wir sagen, wir arbeiten mit dir zusammen, dass du auch recht nah oder genau an diese Einschießgehälter von 80, 90, 100.000 Euro oder vielleicht sogar mehr kommen kannst. Das heißt, wenn du da mit uns zusammenarbeiten willst, das wird nicht leicht sein. Da musst du schon auch Gas geben, da musst du schon auch diszipliniert sein. Aber wenn du dich davon angesprochen fühlst, gerne mal bei uns auf der Website eintragen und ansonsten gerne diesen Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.